Cheerio, meine Freunde. Willkommen zurück zu The Guest. So, ich habe jetzt mal was nachgeguckt, und zwar hier dieses Teil. Da sind Zeichen drauf. Jetzt zeige ich euch mal hier drauf. Ansehen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich es angebrochen habe. Seht ihr das? Da sind Zeichen drauf. Und ich gehe mal davon aus, dass die da reinstecken müssen, wo das Zeichen ist. So, Nummer 1. Dann wollen wir zur nächsten. Verwenden. Ja, erstmal ansehen. Was ist da für ein Zeichen drauf? Okay, gut. Dann verwenden. So, und dann... Ich mache mal das Gleiche. So, Inventar. Dann noch die hier. Verwenden. So, und jetzt können wir die anscheinend drehen. Ah, es müssen also beide alle Zeichen oben sein. So, und dann... So, ich mache den Fug. So, ich mache den Fug. Das andere dreht sich da heute noch. Wie, wie, wie? Ah, okay, gut. Ich muss irgendwie hinkriegen, dass... ...so ist. Ah, so, siehste? Hm. So. Jetzt habe ich die beiden unten drin zwar, aber das obere ist noch. Zack. Das wäre einfach, wenn die beiden da zusammen auf einer Ebene wären. Moment, ich versuche das mal. Pops. Eins, zwei, drei. Jetzt muss das passen. Ja. Das ist ein Film. Den nehme ich natürlich. So, ist hier. Ähm, 01138. Das mache ich mal. Wieder so eine Telefonnummer. Proverbs lesen. 01138. 01138. 01138. So, wunderbar. Gut. Anwalt der Aufsicht, Zimmer, sondern... Und Zimmer 297-Verbereitung muss der Zustand jedes Winkel zu überprüft werden. Dieser Orientierungsfilm vermittelt Ihnen Informationen über dieses Zimmer und was es enthalten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Fallentur geöffnet ist, damit Sie den Projekt benutzen können. Fragen Sie Ihre Vorgesetzten nach dem Öffnungscode. Nachdem Sie die Inspektion abgeschlossen haben, legen Sie den Film bitte in den Container A... Container-Auslauf des Aufsichts... ... ... ... Sollten Sie irgendwo... Oh, Entschuldigung. Ja. Boah, müde. Ich muss gleich noch los, ey. Ei, 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 ei. Oh. Ah, war das nicht der hier? Moment. Äh, andere Seite. Wieso sehe ich denn jetzt plötzlich eine Reflexion vom anderen Raum? Da war ja vorher noch... Muss ich verarschen, da habe ich doch vorher noch diese tollen Punkte gesehen hier. Ach, weil es hell ist... Moment. So. Nö. Nö. Strange. Da waren vorher noch so Punkte, das weiß ich. So. Mist, ey. Da war noch vorher noch... Ich mache mir das ganze Licht hier wieder aus. So. Ja, rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb. Machen wir das Licht wieder an. Oh, na, sie juckt. Rot, blau, gelb. Nein. Mann. Also. Rot. Blau. Gelb. Hier auch? Rot. Blau. Turn them off and look for me. Ich mache doch nochmal alles Licht aus, weil wir haben anscheinend eine Sache vergessen. Sehe ich hier durch vielleicht was? Nö. Vielleicht hier nochmal Licht ausmachen? Ja. Scared of light. Blau, blau, rot. Blau, blau, rot. Blau, blau, rot. What the fuck? Was? Äh. Was? So, Schluss hier. So, dann will ich jetzt erstmal den Lehrfilm einschmeißen. Ah, so. Verwenden. Gucken wir uns ein bisschen Filme an. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Orientation. Das Licht stört so ein bisschen. Moment. Bettraum. Ja, das haben wir ja gerade gelöst. Das, ich sehe nichts. Das Ding. Oh, A, gleich so. Okay, A, gleich so. Okay. Okay. Ah, gleich so. Dann haben wir diese komischen Zeichen da. Ah, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Vielleicht erstmal so, 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 so. Machen wir erstmal die anderen beiden Zeichen da. Okay. Ach, leck mich. Ich gehe rüber. So, ein bisschen telefonieren. 01138. So, gut. Dann 01138. Hallo, Superservice. Ich habe Durst. Gut. Take your pills and get back to bed. Do not call here again. Was? Was? Ähm. Was für ein Trip ist der denn? Nein. Was? Huch. Hä? Licht. Wir sind draußen. Oder was zum Teufel? Das sieht schön aus. Guck mal. Richtig schön. Gehen durch den Schnee. La, 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 la. La. Was ist das schon wieder? Eine Tür. Bemehde. Okay. Da, da, da. Sehr schön. Das macht Spaß. Ei, 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 ei. Okay. Also, ich kann nämlich nur für eine Tür entscheiden. Okay. Was ist mir gerade, das ist auch wieder so ein dämliches Rätsel. Mann, Mann, Mann. Ja, wie ich es mir gedacht habe, wir sind in den ersten Raum zurück. Durch die Tür hier genommen, ne? Links, links, rechts. Da, da, da. Genau. Links. Durch die, also durch die wieder. Ah, guck mal. Wer ist Angie? Ich bin hier. So, links. Gehen wir rechts. Links, links, rechts. Links, links, rechts, links. So, obligatorisch manchmal. Da, 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 da. Mann, 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 Mann. Alter. Das Beste ist, ich kann nicht rennen. Sonst würde ich ja laufen. Aber ich kann nicht. Alter. Alter. Ernsthaft? Oh, crap. So, jetzt bin ich ein bisschen überfragt hier. Links, links, rechts, links. Geht das zu? Oder kann ich nicht wieder... Ich kann nicht zurückgehen. Lepp mich am Arsch. Links, links, rechts, links. So. Wenn jetzt links, links, rechts, links falsch war, dann müssen wir gleich links, links, rechts, rechts. Äh, ei, 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 ei. Links, links, rechts, links, 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 rechts. We are science, wir sind Wissenschaft. Okay. Links, links, rechts, links. We are science. Links, 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 links Kommt im Grunde genau da an, wo ich eben auch war. Hm. Das ist ja schön, dass wir Zeit sind, aber wie komme ich hier weiter? Ne, sehe ich da was? Ah, nur blau. Ich trage einen Baum durch den Zaun. Hm. 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 Ah! Ich habe es geschafft. Ich war gerade so ein bisschen irritiert. Hä? Hä? Mir kam mir direkt am gleichen wieder an. Och man, ernsthaft? So. Sehr schön. Hm. 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 ich geh jetzt einfach mal hier so im kreis vielleicht bringt das ja was tatsächlich ich bin sogar ah guck mal hier ist das ding was wir brauchen das ist das ding was wir für den kasten da brauchen verdammte angst normal als wir dem die ringe wir haben die ringe diese trips das licht jetzt reinstecken verwenden das scheint nicht zu funktionieren kombinieren verwenden muss das stehen das muss dass die beiden ringe gerade stehen okay beide müssen so und dann muss so ein punkt sein mit dem ding ist okay das ist das ist das ist das ist das ist so ich bin schon wieder aus dem spiel rausgetappt hallo spiel wir haben hier so da ist der punkt so und der punkt mit dem strich den sehe ich nicht doch der muss äh von oben und unten okay gut dann muss der andere ring so und das ding muss äh seltsam stehen ach okay so 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 gut gut dann das andere muss dann gut so gut gut Und jetzt noch das andere. Und jetzt noch das andere. Das ist halt so einfach nach oben und so. Also, dass der nach oben und unten geht, das ist jetzt mehr schon... Das ist doch das andere. Ich kriege hier nochmal ein Rad ab. Radfatz hier. Radfatz. So. Danke. So. So. Ja. Jetzt müssen wir den anderen nur noch. Hm. Ah. So, Leute. Ich würde mal sagen, ich beende mal die Folge für heute. Gucken ein bisschen nach, was ich denn hier machen muss. Vielleicht muss ich es rumprobieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.